Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Session von Let's Play Dark Souls im Livestream. Mit dabei ist wieder mal der liebe Tobi, der mir wieder mit Rat und eventuell auch Tart zur Seite steht, je nachdem. Und ich muss mal ganz kurz etwas klarstellen. Wenn ich mich jetzt an das Leuchtfeuer setze und auf Aufsteigen klicke, sieht man, ich bin Level 57. Wie kommt das? Ganz einfach, ich habe ein bisschen mit Tobi gespielt, habe noch mal ein paar Bosse für ihn geplättet, denn er hat tatsächlich einen neuen Charakter angefangen, um mir wieder helfen zu können. Er war ja schon zu high level mit seinem anderen Charakter und konnte mir jetzt nicht mehr helfen. Und jetzt hat er noch mal einen neuen Charakter angefangen, hat wieder mit mir ein paar Bosse gemacht, dass ich ein bisschen Erfahrung kriege und leveln kann. Und deswegen bin ich jetzt schon Stufe 57. Ich habe auch schon einen, ja, einen Boss gemacht, den ich so noch nicht gekannt habe. Also ich habe ihn schon gekannt, aber ich habe ihn euch noch nicht gezeigt. Und das werde ich in dieser Session auf jeden Fall nachholen. Aber zuallererst möchten wir natürlich das schwarze Auge da aktivieren. Es ruckelt gerade leicht, ich hoffe, das geht gleich wieder weg. Sollte eigentlich, jawohl. Hier, dieses Feuerhüter-Dingens da müssen wir jetzt machen. Und genau das tun wir auch, der schwarze Auge-Apfel. Und ja, dann stelle ich mich noch mal diesen drei Gestalten und hoffe, dass ich das diesmal schaffe. Und ich hoffe auch, dass er mich in Ruhe lässt. Nein, vergiss es. What? Wieso habe ich es denn nicht gewechselt? Jo, wir möchten invasieren. Okay, ich gehe einfach weg. So. Ihr gönnt mich mal. Jetzt sind wir wieder mal der Rache-Geist. Und ich muss versuchen, mich nicht treffen zu lassen. Denn wir haben gemerkt, beim letzten Mal, das kann übel enden. Oh, da sind sie. Zuerst den Magier. Und wir machen wieder keinen Laufsound, weil wir cool sind. Hier geht's. Es ist Zeit, wenn diese Laufsäulen zu fliegen. Oh, fuck, ey. Nein. Oh, wie ich das hasse, ey. Oh no, nicht der, nicht der Zauber. Nicht der Zauber des Todes. Also gut, das war's mit dem Ersten. Der Zweite ist er hier, glaube ich. Hallo? Oder doch er? Hallo, nicht parallel laufen, du dummer Penner. Waffe in Gefahr. Oh Gott. Ernsthaft. Ja, okay. Gut. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Die zwei da, ne? Die sind ätzend. Naja, das war der erste Versuch für heute. Ich muss auf jeden Fall meine Waffe reparieren. Ich hab ja zum Glück noch 2800 Seelen. Genau. Und werd das auch erstmal machen. Erstmal hier Ausrüstung reparieren. Wo ist es? Da. Kostet ja nicht viel. Wunderbar. Und auf, wie geht sie? Das machen wir auf jeden Fall. Und danach kommt der besagte Boss. Den ich in Tobis Welt schon einmal gemacht hab. Da müsste es auch ein Video drüber geben. Eventuell ist es in der richtigen, also in dieser Playlist hier. In der offiziellen Dark Souls Playlist. Oder ich mach dafür eine extra Playlist. Für Parts, die optional sind. Denn ich glaub, das werde ich auf jeden Fall machen. So eine optionale Part hier Playlist. Weil das, dass man wirklich jeden Scheiß sieht, das muss nicht sein. Da sind ein paar Sachen, die sind optional und die sollen auch so deklariert werden. Oh nein, nein, nein. Oh fuck ey, das ist so behindert. Ihr seid so behindert. Oh. Oh man ey. Ja, keine Chance. Also ich kann blocken, wie ich will. Der Typ mit den Sicheln, der kann das einfach durchbrechen. Dem ist egal, ob ich block. Hier ist ja Lanzelot. Versteht ihr wegen Lanzelot? Alter, guckt euch das an! Guckt euch das an! Der kann einfach mein komplettes Blocken umgehen. Das ist ihm scheißegal. Och, ich hasse ihn. Du blöder Penner, ey. Das ist lustig. Komm doch mal, ich halte dich zuerst. Wow! Okay, jetzt weiß ich, warum ich zuerst den... ...Zauberer machen sollte. Jetzt konnte ich komischerweise seine Angriffe alle abblocken. Ich konnte sie alle abblocken. Ja. Okay. Das ist mal ein komischer Kauz. Lol. Okay. Das war jetzt ein bisschen seltsam. Der Zauberer hat mich geschlagen. Ja, der hat mich geschlagen. Hat mir aber keinen Schaden gemacht, obwohl ich nicht geblockt habe. Hier. Okay. Oh Gott. Nein. Ich war noch im Menü, verdammt. Ich war noch im Menü. Scheiße. Na komm. Nein. Ey, was? Was? Das ist ein Witz, ne? Das ist ein scheiß Witz. Hier. Oh Mann, ey. Wie soll das... Oh. Ey, das ist gemein. Jetzt regt es mich auf. Ja, es bringt... Es bringt absolut nichts. Es bringt nichts. Ja. Ich bin tot. Ja. Was soll ich denn machen, ey? Ja. Ich hab keinen Bock mehr auf die. Alter, seid ihr scheiße. Ihr seid so scheiße, ne? So scheiße. Aber so richtig, Kacke. So richtig. Das macht keinen Sinn. Ja. Danke. Ihr seid so schlecht, ist schwer. Danke. Ja. Und er dreht sich wieder instant. Danke. Fickt euch. Oh, haben wir verkackt? Weil ihr kein Spiel habt? Ja, ja. Aber selber, ne? Ja. Wenn das mal so einfach wäre. Ja. Ist nicht unfair. Nein, nein. Ist nicht unfair. Ja. Ah. Alles klar. Ja. Geht nicht. Sorry. Was soll denn das für ein Pattern sein, bitte? Die haben keinen Pattern. Oh, gucke mal. Hier. Er lässt es mal. Danke. Ja. Vorbei. Ja, vorbei. Das war's. Manchmal trifft man sie halt auch. Ey, was, was? Was? Was soll ich denn machen? Ja, für'n Arsch, ey. Was zum Geier? Was zum... Wenn... Das ist nämlich genau das. Wenn ich sie nicht treffe, ja? Wenn ich einen verfehle, dann gehen sie alle auf mich los. Alle gleichzeitig. Und ich kann nichts machen. Ich roll mich einmal, dann ist meine Ausdauer weg. Wegen der... Wegen der Attacke von oben, ja? Die reicht noch für ein- oder zweimal rollen. Und dann bin ich... Dann bin ich im Arsch. Ich muss die treffen. Und manchmal... Nö. Trifft man sie halt nicht. Auch wenn man direkt über ihnen ist. Das ist halt so komplett sinnlos. Dieses scheiß... Scheiß-Drecks-Ding. Das hätte man sich so sparen können. Ich glaub, das ist nicht relevant für die Story, oder? Ist das überhaupt relevant? Ich glaub nicht. Das Ding ist tatsächlich das Unrelevanteste aus dem Spiel, was ich bis jetzt gesehen hab, ey. Oh, dich hatte ich ja ganz vergessen. Darum bin ich immer links lang gegangen. Hm. Stimmt, da war was. Aber... Ich versuch nochmal den ersten zu backstabben. Vielleicht klappt es. Wenn's nicht klappt, geh ich sofort zu der... Jawoll. Ich hab zwar Schaden gekriegt durch den Lanzenknecht, aber... Hier, guckt euch diesen behinderten Spacken an, ey. Dieser behinderte Spacken. Der hier, der... Oh, Alter! Was ist dein Problem? Was ist dein fucking Problem, dass du mit mir immer Schild an Schild laufen musst, ey? Hier, guck... Ey, was soll denn das? Alter! Was ist denn das? Wieso macht der sowas überhaupt? Hallo. Arschloch. Hallo, Arschloch. Wieso das jetzt kein Backstabber war, weiß ich auch nicht. Komm mal mit. Komm mal mit, mein guter. Macht der sogar. Er sprintet mir sogar hinterher. Komm mal mit. Alter, ich kann ihn nicht blocken. What the fuck? So, komm mal her, Junge. Komm mal her. Alter! Alter! Ich hab' ihn besiegt. So, gut. Gut, also, Andenken der Vergeltung. Keine Ahnung, keine Ahnung, was das ist. Schuld hat ihn preisgegeben. Rückkehr mit Andenken der Vergeltung. Damit wär' der dümmste Boss, den ich... Also wirklich der dümmste, der sinnloseste Boss, den ich bis jetzt besiegen musste, der wär' besiegt. Und ich hab' die Feuerhüterseele, ich hab' den Schutz und... Jetzt muss ich nur noch lebend hier wegkommen. Ich hoffe, dass es mir vergönnt. Äh, so. Bitch. Äh, endlich. So, dann, äh, eine Stunde 45, das wird für euch auf YouTube definitiv zusammengeschnitten. Das tue ich euch nicht an. Die Seele nicht zum Aufwerten benutzen. Äh, nein, die werde ich auch nicht zum Aufwerten benutzen. Keine Panik. So. Wir haben's damit geschafft. Zur Belohnung, würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz in die Superkammer. Und, äh, werfen einen kleinen, aber feinen Blick auf ihre Handmanschetten. Sind das nicht schöne Handmanschetten? Ja. Die bouncen rum. Und jetzt können wir endlich mal was machen, wo ich Bock drauf hab. Ah. Endlich. So. Und zwar. 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 Vielen Dank.